Und weiter geht's. Ja, hier ist eine Truhe. Gleich mitnehmen. Und da ist ein böser Junge. Ein ganz böser. Ah, der hat gar kein Schild. Das ist doch gleich zum Vorteil. Oh, er hat uns verzaubert. Ah, der ist gar nicht so schwer. Der hält mir jetzt so auf im ersten Moment. Ah, er macht uns Schaden. Ich glaube, er zerstört Rüstung. Oder? Können wir ja mal gleich gucken. Ähm, 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 ähm. Ah, doch, das ist alles im grünen Bereich. Ja, er trifft nicht. Zu doof für uns. Autsch. Ja, dieser Effekt, das sieht nur so aus, als wenn er damit Rüstungsteile zerstört. Und Mischespeil. Das ist eine besondere Waffe. Die macht auch mehr Schaden. Die nehmen wir mit. Na toll. Ja, das war klar. Und Scheiße. Ja, mit zwei schaffen wir das sowieso nicht. Oder ich muss mich anstrengen. Ja, okay. Gut. Einer. Einer. Und diese Spannung. Und ich hab's noch mit einem geschafft. Und hier war noch eine Truhe. Und da war noch eine Leiche. Der aber Beil. So, damit machen wir zehn Schaden. Und Rüstung auflösen. Genau. Das den Effekt hat die Waffe. Ich habe die zweite der Verfluchtenklingen eliminiert. Die Sanchre-Torbe Wachen. Dadurch kann sein Geist seinen Gefährten helfen, den Fluch des Unterkönigs vom Schrein der Tiber-Septim aufzuheben. Ich sollte meine Suche nach den beiden verbleibenden Totenklingen fortsetzen. Also es sind noch zwei. Hier hat er jetzt aber ein Katar, ein großes Schwert. Habt ihr Alain oder Waldemar gesehen? Rielos fiel in der unteren Kammer. Wir wurden getrennt. Der Nebel blendete uns. Ja, Rielos hatten wir schon. Nein, das war der Traum. Und jetzt ändert sich die Stimme. Ich muss den Eid erfüllen, den ich dem Kaiser geschworen habe, bevor ich endlich ruhe. Ruhen? Da hast du das Kant vergessen. Ähm, ja. Und ein bisschen springen. Ja, Waldemar und eng noch ein komischer. Okay, komisch nicht. Aber ein Name. Ich weiß nicht, ich kann überhaupt durch die Tür, vielleicht kann er durch die Tür gehen. Also, die sind an zwei verschiedenen Orten. Da sind zwei Pfeile. Bei mir. Ah, heilen könnten wir auch mal wieder. Und irgendwo ist noch ein Geist. Hatten wir die schon? Nee. Na, schaffe ich das jetzt mit einem? Gut, dann haben wir das auch. Wo müssen wir denn lang? Nö. Nö, so nicht. So nicht. Nur bin ich denn langgegangen. Da bin ich langgegangen. Ich bewege mich einfach zu langsam. Ja. Ja, hier sind Spuren. Und noch ein Geist. No. Oh, was ist das denn? Und dann haben wir links... Ja, gehen wir mal hier runter. Oder wo kommen wir dahin zu diesen... Das war... Ja, genau. Dann gehen wir erstmal hier links rum. Dann haben wir das. Ja, hier war ich am Anfang nicht hingegangen. Ach, hier hätten wir da oben einfach runterspringen müssen. Ruhe. Ruhe. Okay, das haben wir... Okay, das haben wir. Ist da was Besonderes drin? Geld... Geld... Stahlpfeiler... Warum nicht? Und wir haben noch sehr viel Kapazität. Ja, da ist er gleich irgendwo. Ja, da ist er sofort. Na, wie geht's dir, Waldemar? Na, ist das richtig geraten? Und... Aua. Das ist auch eine spezielle... Klingenschwert. Und... Aua. Also... Also, der trifft schon mal besser, wenn ich das mal so sagen darf. Bäh. Ein bisschen heilen. Tut gut. Aua, 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 aua. Die Waffe will ich haben. Ihr seht nicht... Der hat bestimmt irgendwie Magieschaden oder... Schockschaden oder sowas. Ja, Schock oder so. Oder Eisschaden. Eis könnte es auch sein. Aber er darf uns... Nicht töteten. Okay, das wird mir jetzt schon langsam zu knapp. Hab ich... Ich hab alles rausgepackt. Ah. Okay, gut. Nein! Was? Was ist das denn? Oh. Wo hat er denn... Ab wann hat er denn gespeichert? Oh, nein. Oh, nö. Ach, das ist... Da gehen wir jetzt drum rum. Das ist mehr. Naja, jetzt wissen wir schon mal, wie es abläuft. Guten Tag, werte Dame. Das war ja so klar. Dann ist eine Truhe. Jetzt geht das wieder los. Und... Na. Ja. 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 Vergessen wir es, dass man... War da irgendwas Besonderes drin? Ein weiter. Na, das wird sowieso nichts mehr. Da war auch nichts. Guten Tag. Oh mein Gott. So. Tür zu. Affe tot. So, da müsste gleich der Erste sein, den wir damit bearbeiten werden. Komm her. Der macht nicht so viel Schaden. Der hat auch keine besondere Waffe oder so. Ja. Teamwork ist das. Ach, hab ich jetzt das Schild mitgenommen. Endlich. Endlich. Ja, das haben wir durch. Das wissen wir ja. Deswegen klicken wir da jetzt einfach nur durch. Gut. Er geht hier lang, ne? Oh. Was stört ihr mich? Achso, ich hab ihn doch gar nicht angesprochen. Wieder. Herstellfertigkeit. Na ja, dann wünsche ich einen guten Weg bis hin zum Schrein. Und wir werden uns jetzt bis zum Letzten hin bewegen. Und... Ach nein, hier war ja nichts. Um die können wir uns später kümmern. Erstmal ist es wichtig, dass wir es bis hierhin schaffen. Dann kümmern wir uns hier mal um Mr. Schocky-Boombocky. Der uns hier... Das Leben so schwer gemacht hat. Das Leben so schwer gemacht hat. D